Guten Morgen! Gibt es einen Touristenführer hier? Guten Morgen! Gibt es einen Touristenführer hier? Ja, mein Herr. Es gibt einen Touristenführer jeden Tag. Ja, mein Herr. Es gibt einen Touristenführer jeden Tag. Ich möchte gerne einen Stadtausflug machen. Ich möchte gerne einen Stadtausflug machen. Ich möchte gerne einen Stadtausflug machen. Aber wie lange brauche ich, um das zu machen? Aber wie lange brauche ich, um das zu machen? Das dauert sechs Stunden. Das dauert sechs Stunden. Spricht der Touristenführer Englisch oder Französisch? Er spricht die beiden Sprachen. Er spricht die beiden Sprachen. Gut. Wann beginnt der Ausflug? Gut. Wann beginnt der Ausflug? Gut. Wann beginnt der Ausflug? Er beginnt um neun Uhr morgens. Er beginnt um neun Uhr morgens. Er beginnt um neun Uhr morgens. Wie lange kostet der Ausflug? Wie lange kostet der Ausflug? Wie lange kostet der Ausflug? 50 Euro per Person. 50 Euro per Person. Buchen Sie mir für zwei Personen heute. Buchen Sie mir für zwei Personen heute. Okay. 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 Ich bin ihr Touristenführer. Hallo. Ich bin ihr Touristenführer. Hallo. Ich bin ihr Touristenführer. Ich bin natürlich Cartier. Die Ausflug fängt in 10 Minuten. Ich bin jedesekenium Labyrinth … Ich bin jetzt zum nächsten Mal wünscht. Ich ff bin dochogriona değermihermeiv. Ich bin jema partir um neun Uhr morgens. toesynbe內… силь lane machtrogerne Pulververververververververververververververververver eter… Vergesst die Kamera nicht mitzubringen Konnten Sie mir ein Foto machen, bitte? Konnten Sie mir ein Foto machen, bitte? Konnten Sie mir ein Foto machen, bitte? Sicherlich 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 Ich danke Ihnen Ich danke Ihnen Ich danke Ihnen